Hallo, mein Name ist Sabine Liebl, ich bin hier in der Nähe von Ulm bei der Evelyn Bomm. Ich bin im Studio und das heißt... Phil-In, Kurspredig. Und wir haben gerade beschlossen, hier eine SL-Tankstelle zu eröffnen. Das bedeutet, ihr könnt daherkommen, kriegt sie über Pyramiden, ein Stern-Tetraeder, an den Körper und ihr könnt auch hier Energie tanken. Und die, die mich kennen, die wissen, dass wenn der Körper in einer höheren Schwingung ist, wie die Blockade, wie die Problematik und dass es dann einfach besser geht. Ihr könnt euch melden bei der Evelyn Bomm unter... Phil-In-Kosmetik, Evelyn Bomm, Marktplatz 3, in 8, 9, 1, 3, 4, Blaustein. Ihr bekommt auch eure Kosmetikbehandlungen mit diesen Energie-Tankstellen. Super, ich freue mich, wenn sich einige hier melden, in der Nähe von Ulm. Tschüss! Tschüss!